Wunderschönen Morgen und ich. Freitagmorgen. Viertel nach sechs. Ich habe noch den LH geladen. 2800 Kilometer habe ich die Motorerwartung, die steht hier gerade. Den LH fahre ich hoch nach Sembach. Dann habe ich für die Lieber N2 Wegebaguette zu holen in Bruchmühlbach-Miesau. Dann komme ich her, es hat er um. Dann fahre ich nach Lachen, Lachen, Speierdorf. Dort steht unser R938, den lade ich wieder und fahre den nach Ingelheim. Wieder in das Fahrbarunternehmen, wo ich nicht filmen werde. So leid es mir tut. Wie gesagt, jetzt erstmal hoch nach Sembach. So sieht es dann aus. Sorry, es ist ein bisschen quer. Das ist mir noch nie passiert. Bis gleich. Bis gleich. Das ist mir noch passiert. Fertig. So. Das war's für heute. Das war's. 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 von oben, auf dem Parkplatz irgendwo, sollte er stehen, fahrt er jetzt mal hin, kann nicht mehr als falsch sein. Bis zum nächsten Mal. Ja, die sieht richtig gut aus, die sieht richtig gut aus, dann steht hier gleich am Bahnhof, dann sollte er hier gleich am Bahnhof stehen. Warte doch mal, alle gut. Alle gut. So, hier ist der Bahnhof, hier irgendwo muss er gleich stehen. Laut. Das. Ich hoffe nicht, dass der da vorne steht. Ah, da vorne steht er. Ah, da vorne steht er. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Ei 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 ei. 22 Rail aus dem Park, natürlich wieder natürlich wieder der letzte, der ganz hinten drin steht ich drehe hier rum, sollte mir reichen, sorry obwohl du kannst vielleicht auch hier draußen drehen vielleicht noch einfacher rechts frei, jetzt kommt keiner Schild, passt fahr einfach hier vorne und komm dann wieder mit Quetzia vorne rein komm da raus, komm da raus die Jungs hier sind vorhin an mir vorbeigefahren braucht aber auch keiner mal irgendwas zu sagen sorry für's Blinken muss doch mal gucken, das kann man doch bestimmt leiser stellen irgendwie Spieken rein stelle jetzt wieder Baguette, Baguette Ballett machen hier so, da müsste auch noch hinterher rein kommen abziehungsweise raus fahr noch ein Stück vor häng jetzt erstmal ab Kamera aufgestellt, vergessen auf Aufnahme zu drücken sorry Katastrophe, echt die Kamera wunderschön wunderschön positioniert und vergessen auf Aufnahme zu drücken egal, ich habe den Bagger habe ich jetzt geladen und zwei Mecquerel ich hänge jetzt zusammen ich bin außer Puste, warum nur und dann fahren wir rüber nach Landstuhl so, ich bin in Laren ich habe Tiefbeck noch zusammen geschoben das war immer noch auseinander geschoben vom Löcher hier steht der Bagger Jungs die sind ganz eifrig wollen alle Feierabend machen die Säcke nix gibt's da Aua ich muss ein bisschen hochheben so nehmen wir mal die Kamera raus stellen wir mal hinten drauf ich bin schon noch zu und staubt so das Auto kann ich ja ausmachen muss ja nicht an sein okay Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 pees ich für zwei Richter, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mache hier Schluss jetzt. Morgen werde ich nichts filmen, denke ich. Und wenn, dann machen wir eine kleine Sondersendung. Nee, Spaß. Irgendwann ist es auch mal gut mit den ganzen Sondersendungen. Ich glaube, ich bleibe einfach so. Vielen Dank fürs Zusehen. Oh, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Ein Like, ein Tabo, einen wohlwollenden Kommentar. Würde ich mich freuen. Meist sind sie ja wohlwollend. Vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Tschö.